So, willkommen zu MAP 19 und da die Sonne gerade anfängt drauf zu kommen, würde ich mal sagen, zuallererst mal wieder die Kamerett hochdrehen hier. Sollte reichen, keine Ahnung. Ich hoffe es. So, bin ich ja mal auf die MAP gespannt, vor allem nach den letzten MAPs, wo ja so ziemlich Chaos angesagt war. So, mit rein teleportieren und dieses was und jenes. So, holy fuck, 256 Gegner, äh 286 Gegner. Okay. Ich sollte vielleicht nicht so offen rumschießen. Sonst haben wir gleich wieder alle Gegner gegen uns. Naja, die Musik passt. Wo denn? Hilfe. Ich höre sie, sehe sie aber nicht. Na super. Oh, du Scheiße. Holy fuck. Da oben oder was? Ich werde am besten bei uns das mal speichern, ne? Oh, ich werde mal ein paar Personen. Ah. Huh. Ah. 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 Alter. Ah. Danke. Ähm. Okay. Oh. Ah. 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 Habe ich jetzt den Embalidist oder wie? Au! Da kehrt man die Hände. Ah, hier war was, aber da gestehe ich mich erst mal nicht drauf. Ich habe erst mal gestaffelt, dass hier unten alles ruhig ist. Warte, ob es unser nicht der Herrfreund... äh, Herrfreund, klar. Kommt der jetzt, oder...? Ich habe dich doch schnell gesehen, Mädels, komm raus. Oh Gott. Oh oh. Ach, die Scheiße. Hä? Ach, da hinten! Oh man, 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 oh man. Und ja, ich weiß, es sind alles schwache Gegner, aber das Problem ist hier die Anzahl. Die schiere Menge. Und auch wenn ein Impft uns nicht viel kann, oh scheiße, egal. Und auch wenn ein Impft uns nicht viel kann, 20.000 können wir uns schon sagen. Noch einer? Wieso muss ich hier auch so flicke in der Gleitertrieb durchnehmen? Komm her, Mädels. Holy fuck, Alter. Kommt schon viel Action hier los, ne? Mach ich mal lieber noch nicht. Okay. Ach, jetzt sind wir auch wieder hier oben. Na super. Oh, Alter. Arschgeburt, du. So, die Frage, kriegen wir die da überhaupt irgendwie weg? Ne, ne? Alter, wie wir einfach ein ganzes Magazin für einzelne Typen brauchen. Das ist echt traurig. Oh, Alter, das ist so dick. How many, Alter? Wo denn? Wo? Da unten. Hä? Achso, okay. Oha. Oh, jetzt kommt die. Wow. Oh, ich war fast ein Eurobeat, Alter. Oh, please don't kill me. Thanks. Wow. 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 Wie ich hier nichts mehr auf dem Display sehe. Weil die Sonne gerade so richtig schön spiegelnderweise rein scheint. Und das wäre so ein Map, Alter. Das ist ja echt hier, ne? Ist ja... Okay, ich schätze mal, äh, wir müssen doch hoch. Es sieht nicht so aus, als ob wir jetzt ohne hochgehen, weiterkommen würden. Weil ich kann doch mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Klar. Ne, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Dann also doch. Ähm, ja. Dann gehen wir jetzt mal hier doch hoch. Mal Hallo sagen. Erstaunlich ruhig für eine Willkommensparty. Ähm, okay. Muss ich denn jetzt nieher nie erst mal ins Verhältnis pissen, oder was? Pssst. Also ich meine, ich kann von hier ein paar Gegner abschießen, ja. Aber irgendwie mehr kommt das hier auch nicht. Okay, wir gehen mal zur anderen Seite. Vielleicht ist da ein bisschen mehr Action. Halt, nein, da. Holy moly. Ah ja, ich sehe schon einen Weg. Was will denn bitte her? So, hier ist der Weg. Aber der bringt uns genau gar nichts. Na super. So, ähm. Ja, Schwerpunkt und so. Mist. Ich dachte, ich hätte schon weiter umgespeichert. Alter. Fick doch die Wand an. Was für eine Munitionsverschwendung, oder? Ich fiel von hier aus jetzt noch ein paar Gegner oder so? Nee, ne? Auch nicht. W-w-wo-wo-wo-wo muss ich denn jetzt hin? Ich kenne gerade ein bisschen Konfuzius. Danke dafür. Egal. Wir dürfen, wir dürfen jetzt ja mittlerweile gebraucht haben. Komme ich hier noch weiter? Ah, hier. Oh, klar. Äh, wir sind wieder am... Wow. Ja. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Here we go again. Sag mal... Wo, 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 wo? Ich seh, das halte ich nicht viel runter. Okay, hier sieht mir eher noch viel gut aus. Das sieht mir eher noch aus, wo wir lang müssen. Nein, ich habe ihn wieder Teleportiert. Oh. Das ist super, ein Arch-Writer. Nein. Oh. Junge! Ich sterbe einfach! Ich sterbe einfach! Oh oh! Nein! Nein! Oh cocker! Oh cocker! Oh cocker! So, ich mache ihn fertig! Du Arschloch! Muss doch viel Motor verschwenden hier! Wo der ist schon? Wo kommt der jetzt schon wieder her? Alter! Alter! Ich habe doch mal aufgeräumt hier! Wo bin ich jetzt schon wieder? Man leckt mich ernsthaft jetzt mit! Ich weiß gar nicht ganz einfach! Ah ne! Alter! Das wird eine lange Map! Wo ist jetzt überhaupt lang? Ach ja, da oben! Nein! Da! Hä? Ich habe es doch gerade eben geschafft! Aber diese Parkour-Dinger, Alter! Ist ja auch sowas! Ist ja auch sowas! Ah! Was war das gerade? Ich wollte nicht! Ich wollte eigentlich nur Stirn runzeln! Okay! Ich muss also wirklich direkt gerade rüber! So ungefähr! So ungefähr! Wow! Es ist einfach wow! Ganzhaft jetzt! Ganzhaft jetzt! Hier geht's wieder! Ja! So! Das wird jetzt wieder runter! Ich treff schon wieder! Ich treff schon wieder nicht! Ich treff schon! Alter! Ich treff schon wieder runter! Ich treff schon wieder runter! Oh! Was ist das? Oh, wasser? Quiet. Das war's für heute. warum lebt der aber noch? geht doch zwei granaten reingeworfen und es hat nichts gebracht, also ich klopfe ja zu meiner zeit waren die dinger noch ein bisschen effektiver so sollen wir trotzdem wieder mit dem ganzen impf rumschlagen wo wir hier alle sind da ja warte wir wer 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 So, dann kommt Meier. So, dann kommt Meier. So, ist da sonst irgendwas, was man machen kann, soll, wie was? So, dann kriege ich erstmal nichts, kann aber auch gerade daran liegen, dass ich ungelohnt gerade gar nichts sehe auf dem Desktop bei mir, äh, auf dem Bildschirm. Von daher, äh, hoffe ich mal, ich weiß nicht, gerade keinen Schalter oder so. Wo bin ich überhaupt? Ach da. Gut, hier ist noch ein Ding, wo man lang kann. Ah, hier ist ein Schalter, ah. Und noch einer, Mann, noch... Archwell und Revernet. Ihr wollt mich doch alle verarschen, Alter. Ihr habt doch alle sowas von den Arsch offen. Eine Falle. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen positiv überrascht. So, äh, wir haben gar nichts. Okay. Das heißt, ähm, wir haben hier einen roten Schalter. Der macht genau was. Hier kann ich jetzt auch runterspringen. Aber da war ich ja bereits überall. Das heißt, ähm, ich gehe einfach mal so runter. Und guck mal, ob hier irgendwo was rot ist. Er nennt aber was rot ist. Das heißt, wir müssen da auf jeden. Oh Gott. Guck mal her. Das ist jetzt schon wieder in der Welt. Ich hab doch gerade alles aufgeräumt. Okay, was rotes. Wir brauchen was rotes. Wie kommen wir da zu dem roten hin? So, schon mal nicht. Hier auch nicht. Hier war doch irgendwo... Ah, siehste, hier gibt's auch noch was. Okay, ne, hier ist gar nichts. Gut, dann können wir das auch lassen. Ähm... Wieder oben erfrischen, wenn wir die Weltgegner sind. Ich glaub das nicht. So, kommen wir hier weiter. Da. Nee, nicht wirklich. Ah, gut. Dann also mal die andere Seite probieren. Ich höre mich jetzt wieder an. So, halt. Hier bin ich falsch. Äh... Da muss ich klappen. So, war hier irgendwas? Nee, auch nicht. Wie zur Hölle komme ich da zu diesem roten Ding da, Bums, Bums da? Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Sag mal... Hä? Okay. Okay, jetzt wollen ich verfackeln. Sollen wir noch mitterspringen? Ja. Hier ist nichts. Was tun wir denn jetzt? Äh... Ja. Ja. Okay. Wie kann man nochmal... Ich kann nochmal nochmal hier rauben. Wie kann man da oben rauf? Ach komm jetzt, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie kann man denn da oben rauf? Da sind wir noch rein. Hier aber nicht. Nein, das ist besser. Hm. Ich muss jetzt irgendwas gehen, was ich übersehen habe. Hm. Oh, jetzt bin ich wieder hier, hat er jetzt nicht so viel gebracht. Meine Platte, ich habe jetzt auch eine Wahl, hier auch, oh goddammit, was ist denn los? Das macht alles gerade so ziemlich gar keinen Sinn. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war's. Ich geh mal nochmal da rein, wo wir am Anfang, äh, also nicht am Anfang, sondern hier, wo wir grad hier, äh, wo wir grad waren. Oder auch nicht, weil ich jetzt nicht packe. So, hier waren wir, da, irgendwo. Gibt es hier irgendwas, was wir machen können? Was hat dieser Schilder gemacht? Ja, klar. Einfach rüber, oder? Nee, auch nicht. Oh, das hat alles so überhaupt keinen Sinn hier. Schilder ist da irgendwie aktiviert, dann. Oh, oh 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So, deswegen hat jetzt was gemacht. So, ich muss feuchern, bevor ich umfass. Ne? Ich kann es für ein Delegantes... Ah, schau mal einer an. Eine Tür. Oh, nu. Was denn? Was? Hä? Ey, ich schwöre, ich habe gerade in der Wand drin. Oder das ist nicht mein... Okay, gut, gut jetzt. Oh, Mann, Alter. Wir müssen uns neu organisieren. Okay, warum war das Ding hier nicht geht? Da komme ich natürlich nicht hin. Oh, wo wurde? Ja. Da falle ich. Ja. Oh, nice. Oh. Ah. Ah. Mein Bildschirm ist gerade so hell, da strahle ich sie gerade einfach auf dem Bildschirm gar nichts mehr. Digger, wo ist denn diese scheiß Kante hier? Geht doch. Ja, was war die Kürste wahrscheinlich meines Lebens, aber okay, das ist auch gar nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum habe ich gerade nicht gespeichert, als ich dort drauf... Oh, Alter! Jetzt verweigert auch noch meine Atas für den Dienst. Ist hier nicht los... Ach komm, jetzt mach ich erst mal, ja komm, mach mal. Das war gerade gut und ich verliebt... Ach komm, nee, das wird noch nicht mehr hier. Okay. Ja, du hast recht, dass ich auf die, die ich schon früher kam, ähm... entgeleitet mein Verständnis, ähm... So, du kommst jetzt erst mal her. Ach, der stelle gleich mal gerne mal weg auf 1,5 oder sowas. Das ist ja hier... Da sieht der gar nichts. Tja, was jetzt? Die Frage ist, die ich mir gerade stelle... Komme ich da rüber? Vielleicht muss ich da rüber. Also rüber kommst du nur auf jeden Fall nicht. Scheidung, was bringt das, das Ding denn hier bitte? Außer Schmerz, Komma und Leid. So, das war die Seite. Vielleicht ist auf der anderen Seite auch noch eine Tür, die wir öffnen müssen. Ne, geht nicht so aus. Au, wow! Ich gucke gerade kurz, wie lang die Aufnahme ist und, äh, ja... Ich glaube mal, das machen wir wieder als Mehrteiler. Das artet ja in Arbeit aus. Wir haben nicht mal die Hälfte der Gegner. Wir haben nicht mal die Hälfte der Gegner. So... Ah... 36 Minuten. Mal gucken. Das heißt, wir werden so lange gespielt, bis wir die Hälfte aller Gegner besiegt haben. Und wenn wir jetzt mal Pause machen, das wird dann also wieder ein Zweiteiler. Das ist ja hier schon wieder... Okay, halt, stopp, halt, stopp. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Irgendwann ist der Wischung einfach weiß und ich sehe trotzdem nichts. Ähm, so wie jetzt gerade. Ist das eine Kacke. Okay, doch. Ich sehe ein bisschen mehr. Ja, doch, so kann man noch arbeiten. Oh. 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 Seit wann können diese Raketen auch nach oben ablenken? Ich dachte, die können es auf der Seite lenken, aber nicht nach oben und unten. Und ich denke, sie ist einfach wieder nach oben geflogen. Was ist mit denen kaputt? Oder können die bei Brudel Doom auch vertikal ihre Flugbahn ändern? Ist das hässlich? Ja, keine Chance. Meine Fresse, diese Kack-Revenants. Die geben mir Sword of the Eier. Okay, wo kommt der Revenant? Leck mich halt. So, das ist natürlich wieder Schaden. Was auch sonst? So, jetzt habe ich zumindest schon mal diese Seite hier fertig. Damit ich auch was habe, wo ich hinrennen kann. Ich blick das nicht. Ich blick das nicht. Mann, von wo denn? Ich habe doch hier alles aufgeräumt. Alter, meine Fresse. Von wo denn? Zeit, bitte. Ist der Revenant jetzt hier schon draußen, oder was? Warum er hier erst her kann? Ich habe keine Ahnung. Aber zu wissen, wer da unten ist, habe ich den großen Vorteil. Ich kann ihn hier hinten auf die Nelke locken und anliegen. Hä? Jetzt ist er im Sumpf drin? An die Donnie. Komm halt her, Mädel. Wie ich ihn gerade schon wieder nicht getroffen habe, Alter. Das ist so hart, traurig. Klar. Jetzt ist er noch ein Revenant. War das klar? Klar, war das klar. Nein. Mann, wie konnte ich diesen perfekten Sprung verkacken? Also, Markman möchte ich einfach nur noch sterben. Nein, 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 nein. Nicht teleportieren. Ich bin da so ein Fies. Was ist das denn teleportiert? Ich blicke das nicht. Arschgeburt mit Senfsoße. Oh, da oben ist er. Ah, okay. Alter. Wieso geht das nicht? Habe ich jetzt getroffen, oder was? Scheiße. Ich bin da so. Ich bin da so. Ich bin da so. Ich bin da so. Holy moly. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, money. Oh, 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 oh. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh, Alter. Es ist wirklich schlimmer, als du denkst, man hat den perfekten Schuss und dann schießt man einfach daneben. Was? Wollte ich das? Eigentlich nicht, aber ich will das hier gut. Ich will das mal, ich will das hier mit dem Feueramt. Ich brauche jetzt mal kurz eine Pause, Alter, es ist ja hier, da kriegt es ja Aids und Asthma, gleichzeitig, schauen wir mal vor.